Jedes Objekt hat gewisse Eigenschaften. Was wir mit diesen Eigenschaften machen können, schauen wir uns anhand diesem Beispiel hier an. Wir haben als Objekt einen Luftballon, der zwei verschiedene Aussehen hat. Den Luftballon blasen wir auf und bei einer gewissen Größe soll er platzen, also das Aussehen verändern. Wie schaut das dazugehörige Skript aus? Zuerst einmal setzen wir den Luftballon auf eine bestimmte Größe. Immer wenn wir ihn antippen, soll er nun die Größe verändern. Die weiteren Bausteine sind also, wenn angetippt, und ändere Größe um. In diesem Beispiel ändert er die Größe jedes Mal um 10. Nun wird es spannend. Wir wollen, dass er bei einer gewissen Größe platzt. Dazu brauchen wir zuerst einmal eine Wenn-Anweisung. Wenn du eine bestimmte Größe erreichst, dann platze. Wir tippen somit auf den Baustein, wenn wahr ist, dann. In der Bedingung brauchen wir nun die Eigenschaft Größe des Objekts. Wir tippen auf den Wert, um zum Formeleditor zu kommen. Im Formeleditor tippen wir auf Objekt. Nun sehen wir alle Eigenschaften, die unser Objekt hat. Unter physikalischen Eigenschaften finden wir die Größe. Wir wählen diese aus. Und um unsere Bedingung abzuschließen, brauchen wir noch die Logik-Operatoren. Wir tippen auf Logik und wählen hier Größer als. Und als Wert nehmen wir 100. Wenn die Größe des Ballons größer ist als 100, dann soll nun was passieren. Der Ballon soll platzen, also das Aussehen wechseln. Bevor wir das Programm testen können, können wir uns auch überlegen, was nun passieren wird. Wenn das Programm startet, ist die Größe des Ballons auf 70% der Originalgröße. Wenn wir Aufwind tippen, hat er 80%, beim nächsten Mal 90%, dann 100% und dann 110%. Wir müssen auf den Ballon also viermal tippen, bevor er platzt. Probieren wir das nun aus. Eins, zwei, drei, vier. Super. Beim vierten Mal platzt unser Luftballon. Schauen wir uns noch schnell ein anderes Beispiel an. In dem wir die Eigenschaft von einem Objekt nutzen können. In einem früheren Kapitel hatten wir die Aufgabe, ein kleines Pong-Spiel zu machen. In diesem Spiel hatten wir ein UFO und einen Alien. Mit dem UFO mussten wir den Alien abwehren. Wenn wir den Alien verfehlt haben, ist dieser einfach auf den Boden gefallen. Das können wir nun verbessern. Wir können ein Game Over einbauen, wenn das UFO den Alien verfehlt. In anderen Worten, wenn die Y-Position des Aliens einen gewissen Wert erreicht, dann soll Game Over angezeigt werden. Wenn die Position des Objektes nun kleiner oder gleich wie minus 450 ist, dann soll Game Over verschickt werden. Wenn die Position des Objektes nun kleiner oder gleich wie minus 450 ist, dann soll Game Over verschickt werden. Wir können noch ein entsprechendes Game Over einbauen. Probieren wir es aus. Immer wenn wir den Ball nun verfehlen, ist das Spiel vorbei. Um das Spiel noch weiter auszubauen, können wir noch einen Knopf einbauen, der das Spiel wieder startet. Wir haben nun schon ein richtig nettes kleines Spiel. Wie du gesehen hast, können wir uns die Eigenschaften von Objekten sehr gut zunütze machen. Probiere nun die nächste Aufgabe zu lösen. Wie kann man den Ball nun von Objekten sehr gut zunütze machen? Ja, das ist das Spiel, dass das Spiel wieder ähnelt, der so viel zunütze machen. Wir machen die Uhrzeit, dass wir etwas mit Gehirnen können. Wir machen die Uhrzeit wieder hinbringen. Vielen Dank.